...bleiben. Lasst euch kurz Zeit, Leute. Wir sollten die Lage erfassen. Wir haben den Kollaps überlebt. Das schaffen wir auch. Rover 2, hier ist Hope 1. Hört ihr mich? Roger, hier Rover 2. Over. Ich brauche alle Cleaner im Wille. Und zwar sofort. Verstanden? Unterwegs. Hope 1, out. Also, ihr habt den General gehört. Cool! Äh, das sieht nicht wie ein Ausweg aus. Hey, habt ihr das gesehen? Ich meine... Das nehme ich. Hier drüben! Ich brauche das. Das war ich! Shit! Sorry! Mann, sind wir am Arsch! Kommt schon. Wir müssen weiter. Was haben wir denn hier? Das brauche ich. War das etwa ab? Warte mal! Könnt ihr nützlich sein. Könnt ihr helfen? Sie sind einfach überall. Na los! Wir lagen! Warte du so! Ich kann schon was runterfallen. Ich bin mir aufgestanden. Danke auch. Hört ihr mal rein! Wenn ich die Kugeln in der Waffe habe, ist das zurück! Oh Mann, holl ich die Kugeln in der Waffe haben! Zehn Punkte für mich! Wer zählt mit? Ich bin mir aufgestanden. Oh Mann, wie wenn ich die Kugeln in der Waffe haben! Ich bin mir aufgestanden. 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 Was Gutes da draußen? Einmal schreien heißt ja, zweimal nein. Ich bin hier drüben! Oh ja! Jemand muss mir helfen! Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Ach, Scheiße! Oh nein! Weiter du steh! Ich bin hier drüben! Ach, Scheiße! Oh nein! Ah! Dank in der Mitte, das wird das schon! Ich muss nachher! Hey, hey! Pass auf, wo du hinschießt! Oh! Sorry! Das hat wehgetan, was? Krank, was diese Schweine mir angetan haben! Hier drüben! Kräufe an! Oh Gott, der lachst du doch was dabei!